Finde in diesem Video heraus, welcher Schneeschieber der beste ist und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Unser Vergleichssieger ist der E-Fact E85. Dieser Schneeschieber, hauptsächlich aus Aluminium gefertigt, eignet sich hervorragend zur raschen und effektiven Entfernung von Schnee und anderen feuchten, schweren Materialien. Die robuste Aluminiumschaufel ist in der Lage, selbst dichten oder gefrorenen Schnee problemlos zu bewältigen. Ein besonderes Merkmal dieses Modells ist sein ergonomisch gestalteter Stiel, der so konstruiert ist, dass er die Belastung für die Rückenmuskulatur reduziert und ein effizientes Manövrieren und Schieben der Schaufel unterstützt. Der mit Thermogummi ummantelte Stiel des Schneeschiebers bietet eine ausgezeichnete Griffigkeit und dient als Isolierung gegen Kälte. Darüber hinaus schützt diese Beschichtung den Aluminiumstiel und erleichtert die Handhabung des Schneeschiebers. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der E-Fact E85 Schneeschieber ein effizientes, robustes und anwenderfreundliches Werkzeug für die schnelle Beseitigung von Schnee und anderen schweren Materialien ist. Mit seiner robusten Aluminiumschaufel und dem ergonomisch gestalteten, isolierten Stiel bietet er eine hochwertige Lösung für den Winterdienst. Der Schneeschieber mit den besten Bewertungen ist der Ferroplus 9002. Der Ferroplus 9002, der in Deutschland produziert wird, ist ein 15 Kilogramm schweres Gerät, das auf einer Achse mit zwei luftgefüllten Reifen mit einem Durchmesser von 26 Zentimetern rollt. Ein Vergleich zeigt einen kräfteschonenden Einsatz dieses Schneeschiebers, dessen pulverbeschichtete Stahlkonstruktion eine Tegre für bequeme Handhabung aufweist. Ein weiteres Merkmal dieses Schneeschiebers ist ein Bügel am Schiebegriff, mit dem du die Position des Schilds verändern kannst. Er bietet fünf verschiedene Einstellungen, um Schnee effizient zu entfernen. Der 74 Zentimeter breite Schneeschild besteht aus Edelstahl und ist mit einer austauschbaren Schürfleiste ausgestattet, die für eine ruhige und schonende Schneeräumung sorgen wird. Die Außenmaße des Schneeschiebers betragen 74 Zentimeter in der Breite und 100 Zentimeter in der Höhe. Zusammenfassend bietet der Schneeschieber eine effiziente und kraftsparende Lösung zur Schneebeseitigung. Mit seinen luftgefüllten Reifen, verstellbarem Schneeschild und einer austauschbaren Schürfleiste gewährleistet dieses in Deutschland hergestellte Gerät eine bequeme und effiziente Handhabung beim Schneeräumen. Unser Preis-Leistungssieger ist der SHW FIRE 59025. Der SHW Schneeschieber ist ein Kunststoffprodukt, das in drei verschiedenen Größen angeboten wird. Speziell für Kinder mit einer Schaufelbreite von 29 Zentimetern, in einer schmalen Version mit 40 Zentimetern Blattbreite und in einer breiten Ausführung mit 50 Zentimetern Blattbreite. Dieser Schneeschieber ist ein effektives Instrument zur Schneeräumung und Beseitigung auf Gehwegen, Einfahrten, Parkplätzen und vielen anderen Bereichen. Das Modell ist mit einem ovalen Holzstiel, einem D-Griff und einer austauschbaren Schutzkante ausgestattet. Verstärkungsrippen und erhöhte Seitenkanten ermöglichen die Nutzung sowohl bei kleineren als auch bei größeren Schneemengen. Der Griff und der Stiel bieten eine bequeme und natürliche Handhabung. Fazit Dieser Schneeschieber ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug zur Schneeräumung. Dank seiner verschiedenen Größen und einer speziellen Konstruktion ist er sowohl für kleine als auch große Schneemengen geeignet. Besonders hervorzuheben sind die angenehme und natürliche Handhabung, die durch den ovalen Holzstiel und den D-Griff ermöglicht wird. Dies macht das Gerät zu einer verlässlichen Wahl für den Winterdienst. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.